An den Ufern des Bolzena-Sees liegt eine der schönsten Anlagen Italiens. Lido Camping Village. Wunderschön gelegen und attraktiv angelegt. Auf Lido Camping Village können Sie so richtig die Seele baumeln lassen. Weit weg vom Großstadttrubel. Genießen Sie die herrliche Landschaft, die freundliche Atmosphäre und entdecken Sie das echte Italien. Der Pool ist fabelhaft. Perfekt zum Schwimmen, Spielen und sogar zum Fitbleiben. Und auf den Wiesen und in den Liegestühlen am Pool können Sie wunderbar sonnenbaden. Der See selbst schließt direkt an die Anlage an. Als einer der saubersten Italiens ist der Bolzena-See ideal zum Schwimmen. Zum Boot fahren, angeln und relaxen. Vom ersten morgendlichen Sonnenstrahl bis spätabends. Der Bolzena-See ist einer dieser Orte, an denen Sie wirklich abschalten können. Zurück auf dem Campingplatz können Sie natürlich auch aktiv werden. Sie können Tennis spielen oder Fußball. Es gibt einen Spieleraum. Einen großen Spielplatz, der bei Kindern sehr beliebt ist. Oder das Kino. Für die Kinder gibt es außerdem organisierte Spiele und Veranstaltungen. Für die Selbstversorgung der Eurocamp-Besucher sorgt der Supermarkt der Anlage. Neben frischen Lebensmitteln bietet er auch eine Vielzahl regionaler Weine an. Nur drei Kilometer entfernt liegt auf einer Hügelspitze die Stadt Bolzena, die mit ihren Märkten zum Bummeln einlädt. Nur eine halbe Stunde entfernt liegt Ovietto. Dominiert von der mächtigen Kathedrale, eine der schönsten ihrer Art weltweit. In Ovietto können Sie außerdem die 1200 Höhlen besuchen, die unter der Stadt entdeckt wurden und deren Entstehung bis auf die alten Etrusker zurückgeht. Zurück auf Lido Camping Village genießen Sie die Abende mit der Familie und Freunden. Bei einem Drink am See. Vielleicht mit einer frischen Take-Away-Pizza. Oder bei einem leckeren Abendessen im Restaurant der Anlage. Mit anschließendem Drink in der Bar. Und vielleicht runden Sie das ganze Jahr mit einem köstlichen italienischen Eis ab. Lido Camping Village. Pure Entspannung am See.